Was ist das? Hey, wer hat dir das gesagt? Nicht sein, nicht sein! Doch, gibt es! Am anderen Platz, nicht am Flughafen. Bist du ja, weil du ein schlechter Pilot bist, anscheinend. Wo bist du? Ich springe raus, ich komme jetzt auch nur mit Waffen. Ich bin jetzt gerade nicht in der Luft gegen meinen Flügel geklatscht, oder? Ist gerade nicht wirklich passiert. Ja, okay, komm. Ich bin jetzt bereit, ich bin am Boden. Ich bin da, ähm, ich bin nicht an dem, ich bin an dem anderen Posten. Also nicht am Flughafen. Mir nicht. Ich guck mich kurz vor. Ich kann damit eh nicht spielen, ne? Wir können beide nur auf, ey, ma'am, du dummes Kind. Du hast wahrscheinlich wieder auf Fremde, du dummes Kind. Ich guck mich nicht. Hast du auf Fremde? Du hast auf Fremde! Merkst du's? Du. Ach, du wirst. Du musst nicht sehen. Nein, nein. Das ist verloren. Das ist verloren. Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr hier Das ist die Mord! die aus wer was kann die Sprache und umbrette ich was mit dem und meine ich nicht ohne ich habe die Stärke aber okay ich will kurz wurden Was ist das? Nein, du hast gesagt, wir haben gesagt, Siegel only, ne, zählt nicht. Wenn du mich jetzt mit Siegel tötest, dann. Was war das? 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 Nein, das war das? Das war's für heute. Und Leute, das war's mit dem Video mit, ja, könnt ihr euch schon denken, Noob denkt, er rasiert mich. So, und das war's mit dem Video, Noob easy rasiert, Leute, haut rein.